Hallo und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Voidtrain. Fridolin ist auch wieder mit am Start und ich würde sagen, nachdem wir letztes Mal so großartig gebaut haben, geht die Reise weiter. Mit unserer Verlängerung. Ihm interessiert das einfach gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall füttern. Und wir brauchen jede Menge Holz. Wir müssen Kisten bauen. Oh, wie cool. Wir müssen auf jeden Fall Kisten bauen. So viel steht fest. Und unser Zug ist noch länger geworden. Das ist so geil. Ich feier das. Oh, warte mal. Oh, halt an. Wir können jetzt nämlich direkt wieder anfangen zu sammeln. Da ist schon Holz. Das hätte ich schon beinahe übersehen. Oder beziehungsweise Scrap Metal. Da komme ich nicht dran. Wir müssen auf jeden Fall Holz sammeln, damit wir Kisten bauen können. Das ist ganz wichtig jetzt erstmal. Ja, so langsam wird es, muss ich sagen. Das heißt, je länger der Zug auch ist, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch dann nach hinten zu kommen. So, ich lasse ihn mal wieder rollen. Jede Menge Scrap Metal. Habe ich doch hier auch gerade gesehen. Da, da ist Holz. Hammer schön, aber ich weiß immer noch nicht, wofür diese Kiste ist, die da an dem Bahnhof war. Wofür war denn, wofür war denn bitte die, die Kiste gewesen? Also da, wo man dann die Sachen halt drin hat, die dann verloren gehen, wenn man sie drinnen vergisst. Wofür soll die, wofür soll die bitte sein? So. Pilze will der essen, ne? Mushrooms. Aber ich weiß gar nicht, wo wir Pilze herkriegen. Unser Fridolin. Nicht, dass der uns hier noch wegnippelt oder so. Das wäre fatal. Aua, Alter! Oh, Bruder! Was zur Hölle? Ist das dein scheiß Ernst, Alter? Aua! Was ist los mit dir, Junge? Pick up! Ich pick up! Nichts hält mich am Boden. Greift er mich einfach an? Was ist mit dem? Ich glaub's ja wohl. Hi! Was ist los, müde? Was? Ernsthaft? Ähm. Da ist es nicht so toll. Ich muss was zu essen machen. Ist hier noch Holz drin? Jetzt kriegen wir, glaub ich, richtig Gegner auch. Ähm. Ich würd gern noch ne Kiste bauen. Nein. Crafting Book. Bitte einmal. So, rotate. Das gefällt mir gar nicht, dass der hier so rumschlawinert. Vor allem, was passiert, wenn der uns einen Wagen wegfrüsst? Ist das dann alles futsch? Das wär echt blöd. Wir brauchen einmal Holz. Der soll abhauen. Alter. Wie kriegen wir Waffen? Wir brauchen Waffen. Unbedingt. Ich mach dich alle! Ich will ihn in Ruhe sammeln, Mann! Aber solange der da rumschlawinert, ist das vielleicht keine gute Idee hier so. Ne? Do you understand me? Wie? Wo ist er? Wir treffen ihn auf jeden Fall da schonmal gut. Oh, Scrap Metal. Wir brauchen unbedingt ne andere Waffe. Die ein bisschen mehr Wumms hat. So ne Shotgun oder so. Wie egal. Oder ein Raketenwerfer. Ich will den Raketenwerfer direkt. Oh, da ist Scrap Metal. Nein. Wir haben uns verpasst. Schnell zurück. Rückwärtsgang. Marsch, Marsch. Scrap Metal. Zweimal glaub ich sogar. Haben wir völlig verpasst. Und da ist auch noch was. Da ist Holz. Ich und mein Holz. Mach dich weg. So, Kiste fertig. Nice. Oh, er hat Wut gesammelt. Nice. Der sammelt also vor uns auch. Wir haben aber leider keinen Pilz. Wir können ihm kein Essen geben. Wir haben leider nichts. Oh, warte mal. Was ist das denn? Essen trinken. So, jetzt machen wir ein bisschen Sorgen, dass der hier rumschlawinert. Wo ist er? Du gibst doch ein lecker Schnitzel ab, oder? Du gibst ein lecker Schnitzel ab. Ernsthaft? Aus dir mach ich einen Schnitzel! Oh, er hat sich erschrocken. Fridolin, alles gut. Aus dir mein lecker Schnitzel. Junge. Ja, da guckst du blöd, ne? Hat er nichts gedroppt? Toll. Schmutz. Aber ist denn jetzt unser Zug kaputt oder so? Muss man das reparieren? Warte mal, was haben wir denn hier sonst noch? Produktion. La la la. All Buildings. Hier haben wir Essen drin, ne? Trinken. Wichtig ist natürlich jetzt erstmal sammeln. Das ist das A und O. Und wir sollten auf jeden Fall mit Wood auf jeden Fall noch mehr Container bauen. Wir brauchen Barren und Wood dafür, ne? Einen können wir glaube ich noch bauen. Nein. Raustier. Wir haben einmal Wood noch und zwei Barren. Weiß nicht, ob's reicht. Wir fahren mal weiter. Was haben wir denn hier eigentlich im Research Table noch? Powder. Uh. Und Armory. Oh, wir brauchen Armory. Zwei Federn, zwei Wood und zweimal Draht. Das kriegen wir hin. Jetzt wird's natürlich auch ein bisschen schwieriger mit dem Sammeln, weil bei so einem langen Zug und so müssen wir ein bisschen mehr aufpassen. Ich lass mal einfach weiter rollen. Gegner haben wir erledigt. Wir haben wahrscheinlich schon wieder irgendwas übersehen. Ja, da ist Holz. Oh nein. Kommen wir da noch hin? Ich düse mal. Wo war das Holz? Hä, das hab ich doch hier gerade gesehen. Ach, hier. Gott sei Dank. Und ich weiß, diese Dinger können wir auch noch schießen. Alter, wie weit weg das einfach ist, ne? Da sollten wir hinten auch noch eine Bremse bauen. So, aber erstmal sammeln. Da ist jetzt erstmal die Devise. Wir haben jetzt ein paar Kisten zur Verfügung. Und wir können da noch ein paar mehr bauen. Es wird später wahrscheinlich auch größere Kisten geben. Aber das mit dem, mit der Armory, das würde ich gerne machen. Äh, das würde ich gerne, äh, erforschen. An unserem Forschungstisch. Da ist Holz. Dazu brauchen wir, äh, Draht. Dazu brauchen wir, äh, Draht. Was war das noch? Draht, äh, ich glaub Holz, glaub ich, brauchen wir. Verbesserte Schild. Weiß gar nicht, heilen wir uns selber? Automatisch. So, da ist Holz. Ich seh's. Was steckt hinterm Felsen? Auch wenn der Zug dran vorbeigefahren ist, dadurch, dass er länger ist, haben wir immer noch die Möglichkeit, nach hinten zu kommen. So. Da seh ich schon wieder Wood. Ich und mein Wood. Gleich mal gucken, ob wir vielleicht die, äh, Ressourcen schon alle haben. Da ist auch Wood. Für, äh, für die Armory. Da ist Essen. Da ist Scrapmantle. Sieh mal ein. Oh, da ist auch noch mal Wood. Oh nein, da kommen wir nicht dran. Da kommen wir nicht mehr dran. Oh nein, halt an. Oha, das ist ein bisschen, uh. Oder Rückwärtsgang, bitte. Das ist ja blöd. Ich komme, mein Holz. Mein Holz, ich komme. Gestorben sind wir, glaub ich, noch nicht, ne? Ich will's nicht zu laut schreiben. So, warte mal. Ich halt mal eben an. So, was brauchen wir denn dafür? Äh, Phase 8. Holz haben wir. Zweimal Federn und zweimal Draht. Dazu muss ich erst Barren brennen. Zweimal Federn, zweimal Draht. Zweimal Federn, zweimal Draht. Äh, nein. Hier. Zweimal Federn. Draht brauchen wir ja die anderen Barren, ne? Oh, warte mal. Moment, ich brauche die Barren. Gucken, ob das jetzt noch reicht mit dem Holz. So, die Federn haben wir. Gerade ist nämlich Kupferbarren. Ja. Hoppa. Hoppa, Hoppa. Hoppa, Ingo. Natürlich. Natürlich brauchen wir nochmal Holz. Drei, zwei, eins. Risiko. Achso, wir haben not enough space. Aha. Sach bloß. Essen. Jetzt haben wir genug space. Okay, viel Zeit, dass wir unser Inventar auf jeden Fall erweitern. Wir brauchen auf jeden Fall ein erweitertes Inventar. Ja, das wäre noch schön. So, zweimal Draht. Und dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Äh, hat er noch was gesammelt? Ja, Scrap Metal. Juhu. Wir sollten echt mal anfangen zu sortieren, so langsam hier, ne? Damit wir so ein bisschen Ordnung haben. Das kann da rein. Das kann auch da rein. Boah, davon haben wir so viel. Hier ist Scrap Metal. Hier soll, glaube ich, auch Scrap Metal rein. Das wäre, glaube ich, besser. Sodass wir hier so eine ganze Batterie Scrap Metal haben. So, die Dinger könnten eigentlich auch erstmal hier rein. Die brauche ich gerade aktuell nicht. Würde ich das... Ja, komm, das packen wir auch erstmal da rein. Das Holz nicht. So. Ich sehe trinken, ne? Sollten wir vielleicht mal. Oh, warte mal. Da liegt ja noch was auf dem Ofen. So, ich stelle mal trinken her. Ähm... So, haben wir jetzt alles? Ja. Dann researchen wir das mal. So, jetzt haben wir die Armory. Jetzt brauchen wir als nächstes das Puder. Können wir sogar herstellen. Haben wir sogar das grüne Ding. Äh... Ich weiß nur gerade nicht, wo wir das haben. War das hinten? Ja. Komm, wir snacken auch mal eben. Essen, trinken, nicht vergessen. Das ist ganz wichtig. Jetzt so langsam, äh... Jetzt so langsam müssen wir das echt im Auge behalten. So, das können wir auch researchen. Powder. Das ist bestimmt, äh... Schießpulver für Dings. Für... Für Waffen. Damit wir dann auch, ähm... Ah, jetzt müssen wir sogar Gunpowder herstellen. Oder... Oder Powder. Können wir denn... Armory 1. Okay. Dazu brauchen wir 2 Holz, 2 mal Kupferdraht und 2 mal Federn. Das heißt, wir müssen... Warte mal... 2 mal Kupferdraht, 2 mal Federn. 2 mal Kupferdraht... Hallo? Achso. Da brauchen wir ja die Chemikalien für. Da oben ist einmal Chemikalie, nehme ich wieder mit. Wo wir schon einmal hier sind. So. Also, 2 mal... Es wäre, glaube ich, ganz gut, wenn die Schmelze, glaube ich, bei den Kisten wäre, ne? Holz brauchen wir auch. Wir müssen weiterfahren. Wir müssen ein bisschen Holz einsammeln. Holz ist jetzt die Ressource, die uns fehlt. Ich hab gedacht, ich treffe. Da ist Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. So. Da ist auch noch mal Essen. Jetzt so langsam wird's echt cool, muss ich sagen, das Game. Hat sich ein bisschen hingezogen am Anfang, aber jetzt wird's echt geil. vor allem Armory wird bestimmt lustig. Was wir da wohl als Schutz kriegen. Wahrscheinlich Schutzkleidung. Wenn ich die Möglichkeit habe, Fett zu bekommen, dann probier's, ne? Fett! Fett! Sie ist fett. Er ist fett. Wir sind fett. Er, sie, es ist fett. So. Wir sind alle fett. Ich bin auch fett. Gut. Oh, da ist Holz. Ich sehe Holz. Wo wir dran vorbeigefahren sind. Und Scrap Metal. Und der Zug fährt unaufhörlich weiter. Da ist noch mehr Holz. Ich sehe ganz viel. Wir sollten anhalten. Wir sollten die Bremse betätigen. So. Hier packe ich mal direkt drei rein. Aber wir brauchen für den anderen ja auch noch die anderen Wachen. Wir müssen ja zweimal Federn haben. Währenddessen sammle ich nochmal ein bisschen was ein. Was wir gebrauchen können. Das Dry Ice ist für das normale Wasser. Hab ich jetzt richtig verstanden, ne? Guck nochmal eben. Naja. Stell dich nochmal her. Äh. So. Dann brauchen wir noch zwei normale Barren. Oder? Ja. Ich glaub schon. Was brauchen wir dafür noch? Äh. Ah ja. Zweimal Kupferdraht können wir schon mal bauen. So. Sehr schön. Dann brauchen wir zweimal Federn noch. Die stellen wir hier her. Zweimal. Alter, diese ganzen Rezepte im Kopf halten. Echt schwierig. Muss ich sagen. Okay. Also könnte ich nicht. So. Achso. Not enough space. Aha. Ja. Moment. Just a moment please. Das kann hier rein. Das grüne Zeug kann da rein. Scrap Metal können wir eigentlich erstmal wieder reinpfeffern. So. Essen können wir auch herstellen, ne? Aber wir brauchen Holz. Haha. Was? Oh. Okay. Moment. Just a moment. So. Jetzt aber. Ähm. Ja. Feder einsammeln. Nein. Einsammeln. Können wir das jetzt bauen? Amory. Wo war's denn jetzt? Da. Jo geht. Wo bauen wir die denn mal hin? Ich hab aus Versehen das Mausrad gedrückt. Oder gedreht. Weil ich mal, weil ich mal das Mausrad drehen will, um, um Gegenstände zu drehen. Dabei ist es nicht so. So. Gut. Gut. Was können wir daran machen? Change. Old Friend. Hui. Was zur Hölle? Wa-wa-wa-was? Okay, was ist das andere? Create. Was können wir denn hier createen? Barrel? Mac? Alter, was? Was? Also keine Amory, sondern Waffen wahrscheinlich, ne? Okay. Ähm. Gut. Können wir noch was herstellen? Ich würde auch einmal Essen herstellen. Wartere ich zweimal. Aber ich glaub der Ofen ist jetzt aus, ne? Ja. Auch nochmal einmal hier so links rein. Ähm. So. Was war denn hier als nächstes? Achja, das ist die Amorbox. Die stellen wir bestimmt mal am Labor her, oder? Das Powder. Ah, eine grüne Flasche. Die haben wir ja sogar. Guck mal, gut, dass wir die gebaut hatten. Da hat der Flexi in der Vergangenheit ja echt gut gearbeitet. Machen wir das einmal oder zweimal? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. So, wie sieht aus? Essen, trinken. Boah, Alter. Trinken müssen wir unbedingt. Wir sollten unbedingt trinken. Essen ist jetzt nicht so schlimm, glaub ich. Oh, pure Eis. Geil. Hab ich gar nicht gesehen. Können wir vielleicht, äh... Können wir hier vor mal zwei herstellen? Mal gucken. Vielleicht bringt das mehr. So, Research abgeschlossen. Haben wir den nächsten... Ja. Die nächste Forschung abgeschlossen. Jetzt können wir ja Dings herstellen. Was, Powder? Explosion, Weapon, Danger. It's all about the substance. Okay. So, was kommt denn als nächstes in der Forschung? Training. Okay. 10% Maximal Sanity. Armor. Leather Suit. Geil. Oh, Garden. Unlocked Garden. Holy Shit. Alter Schwede. Wir können Sachen anpflanzen. Tomato, Pepper. Tea Leaves. Strange Plant. Geil. Da ist es auf jeden Fall richtig geil. Wieso brauchen wir... Achso, Essen. Okay, Essen. Zwei Schrauben, zweimal Holz. Da ist. Das wird ein bisschen dauern. Äh, wir brauchen nochmal hier Holz. Um entzünden. Dann gucken wir mal, wie viel das Wasser bringt. Was bringt das? Ja, das bringt auf jeden Fall mehr. Definitiv. So. Das heißt, wir müssen wieder... Äh, sammeln. Lufel steht schon mal fest. Pack den mal da rein. Und dann... Ja, komm, packen wir dich da rein. So. Fett hatten wir drüben, ne? Vielleicht kriegen wir dadurch ja auch mehr Inventarplätze. Aber wahrscheinlich kommt dann irgendwann demnächst auch Inventarplatz oder so. Da würde ich verwenden. So, haben wir hier alles. Warte, da ist nämlich noch mit. So, schön im Voraus des Zuges. So, alles mit dem, was wir können. Ich würde jetzt nichts verpassen. Wir müssen uns ja auch schützen vor den Gegnern. Weil die werden ja wahrscheinlich nicht leichter werden. Wie wir da am Bahnhof getroffen haben. Am Bahnhof. Am Bahnhof. So, also eine Powerrüstung hätte ich schon gerne. Da ist auch nochmal Holz dahinten. Und ich würde ja gerne solche Inseln mal bereisen. Wenn das irgendwie möglich ist. Das wäre schon ganz cool. Ich weiß ja nicht, ob wir das schon dürfen. Beim letzten Mal kann ich mir den Sinn. Da kamen wir nicht weiter. Auch wenn wir unsere Ringe da zum Fliegen dahin geschossen hatten. Ging es glaube ich da nicht weiter. Ey, ich will da hin. So, hier müssen wir aufpassen. Hier können viele, viele Sachen versteckt sein. Da, hab's doch gewusst. Aber schön so mit drei Dings. Hä, oder ist der doch breiter geworden. Durch das Upgrade. Ich glaube, der ist breiter geworden, der erste Zug, ne? Kann das sein? Weil das sehe ich ja jetzt erstmal. Der ist breiter geworden, der erste Zug, ne? Durch das Upgrade, was wir gebaut hatten. Krass. Oh, Scrap Metal. Hallo. Sollten schon aufpassen. Das wir alles mitnehmen. So. Scheinlich hilft schon vergessen da hinten. Sehe ich irgendwas blinken. Oh, Moment. Halt, stopp. Uah. So, warte. Hier war noch irgendwas hinter. Hab's doch gewusst. Chemikalie. Da sehe ich Holz und Scrap Metal. Hier war das Holz. Oh, Alter, da will ich hin. Warte mal Zug. Kommen wir da hin? Äh, warte. Andere Richtung. Kann man da bestimmt nicht, oder? Das ist doch wahrscheinlich auch zu weit weg alles. Wahrscheinlich auch alles zu weit weg, schätze ich mal. Aber ich finde es gut, dass der sammelt, der kleine Scheißer. Der nimmt uns ein bisschen Arbeit ab. Das ist supi. Ich würde ihn gerne füttern, aber wir haben leider nichts. So. Dann lass mal gucken. Also, wir brauchen... Was machen wir denn jetzt als nächstes? Ähm, ja. Ressourcen auffüllen ist immer ganz gut. Wir brauchen ein bisschen was. Alter, die Chemikalien, die werden uns glaube ich... Da werden wir glaube ich genug von haben. Ähm. Der ist voll niedlich. Nein, warte mal. Nee. Nein. Gehen wir das mal raus. Weil wir brauchen für den Garten... Oh, wir brauchen nur noch zweimal Schrauben. Warte mal. Dann brennt mal eben zwei Barren. Wenn das reicht mit dem Holz. Ich hoffe, das reicht. Hier, Hype T-Shirt. Jetzt im Store erhältlich. Eigenwerbung. Ja, das reicht nicht. Das hab ich mir schon gedacht. Sorry, Woods. Hm. Ich weiß nicht, wie man das Holz macht. Und man das Holz noch irgendwie an der Werkbank... Kann man das Holz irgendwie... Consumables? Amorbox? Ach, krass. Aber wie stellt man den Waffen her? So, wir brauchen zweimal Schrauben, ne? Change ist ja ändern. Create kann man... Create ist... Aber createn wir dann hier eine Waffe? Oder wie ist das? Wie funktioniert denn das? Naja. Werden wir bestimmt noch rausfinden. Jetzt erstmal den Garten researchen. Also entdecken. Ne, mein kleiner... Fridolin! Fridolin! Was? Was? Danke. Scrap Metal. So, als nächstes würde ich glaube ich, äh... Ja, hier die Armory. Können wir auch wieder zweimal schrauben. Haben wir den noch für zweimal? Haben wir bestimmt, ne? Wir haben auch genug Leder. Das ist nicht das Problem. Das können wir ja mal eben machen. So, warte mal. Äh... Zweimal für Schrauben. Zweimal für Schrauben. Äh...